Entledigt euch eurer Verfolger. Moloch, gebietet euch einzuhalten sofort, du Hexe! Ich bin Vampiren. Mir egal. Stufe 16! Yeah, Legend! Haha! Okay, was auch immer gerade passiert ist. Äh, ich würde sagen, wir hauen erstmal drauf. Einfach so, weil wir es können. Das hat ihm jetzt nichts gebracht, das ist auch gut so. Und dadurch bekommen wir einen Extra-Turn. Okay. Nee, ich möchte lieber das Rot haben. Und dadurch das Blau auch bekommen. Und jetzt werde ich mich schützen. Weil er nämlich sein Special voll hat. Dämonisches Fest. Du bist elf, so zimmel mir. Oh nein! Aua! Nein, ich habe ihm vierfach gegeben. Egal. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ole. Perfekt für uns. Okay, der hat noch fünf. Ich würde sagen, hauen wir ihn aufs Maul? Ja, komm. Egal. Weg. Ein Gegner weniger ist ein Gegner weniger, um den wir uns scheren müssen. Hm. Wildgang Gelb! Das will ich auch nicht. Mindo. Nö, ich mache so. So, jetzt ist der nämlich auch weg. Jetzt sind es nur noch zwei. Wir sind noch zu dritt. Oh, perfekt. Immerhin ein bisschen Damage gedrückt. Wir haben alle drei Barriere, also... Oh, das war nicht schön. Kann er Blödsinn machen? Ähm, nee, kann er nicht wirklich. Dem geben wir uns erstmal drei Rüstungen und nochmal Barriere neu. Auch wenn es gerade... Kein Vierfach, kein Vierfach. Gott sei Dank. Habe ich die Chance auf Vierfach? Ähm, nicht wirklich. Okay, machen wir so. Machen wir so, dann haben wir da doppelt. Perfekt, dann können wir den kaputtwämmsen. Ich merke gerade, ohne Luther bin ich verflucht aufgeschmissen. Mehr oder weniger, ungemerkt. Elf nur... Alter, da kann ich ja nochmal drauf prügeln. Ja, mach du mal. Hm. Was nun? So. Oh, das war sein Untergang. So gut wie... Eigentlich nicht, aber... Dieser Arsch. Ach, hier ist ja rot. Perfekt. Ach komm, das darf er machen. Der Ziegenbock hat schon lange nichts mehr gemacht. Aha. Aha. Perfekt. Warte. Sie haben einen Namen genannt. Moloch. Weiß das? Woher soll ich das wissen? Ich komm nicht von hier. Es war ein Zauberer dabei. Das bedeutet nichts Gutes. Ja, da stimme ich mal zu. Aus der Weise. Wo Zauberer sind, da drohen Chaos und Wahnsinn. Ja, und was jetzt? Du bist schon wahnsinnig genug. Du brauchst nicht noch mehr Wahnsinn. Und hast du schon mal deine Bude geguckt? Hier ist Chaos pur. Ah, wir müssen diese Zauberer erwischen. Komm. Okay. Ich hab die Spur eines Akrolyten. Wir müssen ihm nach. Du kannst Spuren lesen? Das ist eine Blutspur. Natürlich kann ich ihr folgen. Ach da. So 30 Liter pro Quadratzentimeter. Na klar. Und wenn wir diese Zauberer endlich erwischen. Ja. Weißt du, warum ich die Blutspur nicht gesehen hab? Weil ich die permanent auf den Hintern geguckt hab. Dann finden wir heraus, was sie vorhaben. Und die finden heraus, was echter Schmerz ist. Okay. Du bist seltsam. Der Dämonenlord erwartet die Hexe. Ah ja. Stufe 80. Ich werd doch bekloppt hier. Wenn das so weitergeht, komm ich nicht. Ist jetzt mal gut. So, erst mal mal das. Dann gibt's hier die Kombi. Dann ist da noch ne Kombo. Und, äh, ja. Hm. Alter, die haben mal grad so 33 Lebensenergie. Aber, pff. Also, mit Rüstung natürlich dabei gerechnet. Glück gehabt. Ich warte nur drauf, dass die einen Fehler machen. Wie zum Beispiel das? Wenn das so weitergeht, können die sich bald von ihrem Ersten verabschieden. Ach, können sie ja schon. Wiedersehen. Ja, komm, das nehmen wir jetzt mal so hin. Ähm. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine Fehler mache. Wie gesagt, je mehr Fehler, die machen, umso besser für Moa. Also, für mich. Dämonisches Fest. Ist das euer Ernst? Mein Honte-Hü! Dafür mögt ihr in der Hölle schmoren. Ist Vorka... Oh, oh. Okay, nur minus 1. Ja, damit kann ich ganz gut existieren. Er hat aufgehört zu brennen. Ich kann nicht wirklich sagen, dass mir das gefällt. Egal. Ich mach jetzt erstmal kurz den Special. Oh, jetzt sind die schon mal nur noch zu zweit. Nein, halt! So sieht besser. So, jetzt hab ich das nämlich auch wieder voll. Ah, komm. Der hat sein Special voll. Ich hab keine Lust, dass der mir noch einen wegschießt. Geheimnisse aufdecken. Ja, damit macht er nur... Dings alleine ist der... Scheiße, der Akrolyt. Nicht ganz ehrlich, mit der taugt nur was... ...im Gefolgschaft. Sonst bringt der nicht viel. Alleine. Ich glaube, wenn ich das so sage, aber es ist halt so. Jetzt ist er nämlich weg. Also einer macht sich eigentlich so als Vorletzter ganz gut. Wenn der Letzte so einer ist, der Erdedelsteine sammelt, dafür ist der gut. Stellt euch seinem Meister, einem Zauberer, entgegen. Moloch verlangt nach einer Braut. Unterwirf dich sofort. What? Hier wird geheiratet? Was tue ich eigentlich? Stufe 18. Alter! Ja, jetzt ist er aber langsam gut. Nee, halt, äh... Lieber so machen. Gute Idee, scheiße ausgeführt. Vierer! Und noch mal. Nur drei Schaden. Ist das euer Ernst? Schildver... Oh, es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Und noch... Alter, jetzt ist aber gut. Ihr übertreibt das. Gott, der mit. So, jetzt machen wir erstmal das. Haben wir da schon mal einen Extraktör. Und jetzt hauen wir ihm auf die Fresse. Okay, er hat auch einen Extra-Turn. Ist mehr, aber jetzt... Alter, wir machen ja kaum noch Damage! Das sind ganz widerliche Leute. Gut, schoens! Möchte ich mal so jetzt... Oh, jetzt machen wir erstmal... Erstmal einfach auf die Fresse. Was will das Spiel von mir? Dass ich den hier hochbewege? Okay. Stimmt, haben wir ja auch einen Extra-Turn. Machen wir das nochmal. Ah, ich hab grad so einen Houston-Update. Boah! So, und jetzt... Erstmal alle ein bisschen mehr Attacke. Boah, schon wieder ein Schildweil. Wenn das so weitergeht, dann kommen wir hier nicht mehr weiter. Er haut mir jetzt einen weg. Geht in den Ufa. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Kann sein, dass hier gleich Schicht im Schacht ist. Message. Ich muss die wegballern. Geht nicht anders. Na, danke aber auch. Nein, ich muss das so machen. Ich muss mich selbst ja auch ein bisschen hochpumpen. Jetzt hab ich gleich wirklich keine Leidchancen mehr. Ja, er pumpt jetzt sowieso wieder. Alter, das ist nicht mehr normal. Holy Shield Protector. Da, 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 da. Okay, er greift mich aber nicht mit Schädeln an. Das wundert mich. Oh, dämonisches Fest. Okay, er macht nur minus 18, okay. Hä? Ja, das halte ich für... Machen wir so. Also, 18 macht schon mal der Hayopai. So, jetzt bin ich genau auf 18. Boah, ich muss hier jetzt so aufpassen. Aufpassen. Ein Fehler und... Das war's auf gut Deutsch. Und ich komme nicht durch seine Kackverteidigung durch. Ja, ich muss den ersten jetzt wegballern, so schnell wie es geht. Umso besser stehen meine Chancen. Nein, da waren Vierer und ich... Ah, okay. Nichts gesagt. Oh, Schande. Ne, ne. Ja, extra Turn. Ach, leck mich doch meine Füße. Ja, komm. Alter. Ja, Airbox pumpt sich jetzt wieder oben am Schildweif. Äh, ich mag den Gegner nicht. Nein! Ah, damit ist meine Verteidigung praktisch faktisch kaputt. Und das meine ich ernst. Ja, jetzt... Oh, jetzt hat der da schon wieder voll. Oh, fuuuh. Oh, jetzt... Ich hab verloren, definitiv. Ich hab jetzt sowas von verloren. Der nimmt jetzt dämonisches fest. Jetzt bin ich alleine. Oh nein, du machst mir kein Schild mehr. Aber er macht dunklen Kanal. Das ist... Oh, du bist doch ein... Bah! Ein Bah bist du. Ein Bah! Erstmal machen wir den Vierer. Gut. Perfekt. Dann machen wir diesen Vierer. Dann machen wir diesen Vierer. Manosurge. Haben wir noch eine Chance auf den Vierer? Haben wir nicht? Scheiße, Dreck. Doch, haben wir. Ha! Noch ein Vierer. So, dann ist der weg. Haben wir noch eine Chance auf den Vierer? Also, das war jetzt ein richtig geiler Move. Oh, er brennt nicht mehr. Aber das kann mir egal sein. Wir hauen ihn. Alt. Vierer. Nein. Hauen wir ihn mit 15. Oh Gott, wir brauchen das nicht dreimal. Und er wird mir... Er braucht Blau und, äh... Das Gesteinzeug. Und er hat mir gerade das Rot überlassen. Das ist sehr gut. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt hingegen sehr schön. Ja, was? Wieso ist der denn mit einmal da? Wie darf ich das denn jetzt verstehen? Woher kommt der? Und der wird mich jetzt wegklatschen. Ey, durch den verliere ich jetzt, oder was? Ja, sicher verliere ich jetzt durch den. Der haut mich jetzt weg. Der macht jetzt einmal dämonisches Fest und das war's. Es darf nicht wahr sein. Hat der tatsächlich... Sonst hätte ich jetzt gewonnen. Das war's. The. Die.